Musik Hallo meine Lieben, ich melde mich heute mal wieder zurück mit einem Faktenvideo über mich und zwar habe ich gesehen, dass dieses Vorstellvideo, was ich mal gedreht habe, tatsächlich jetzt schon drei Jahre alt ist und ich dachte mir, es wird Zeit für ein neues Video, eben für welche unter euch, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind die vielleicht das alte Video nicht entdeckt haben, ich verlinke es aber auch in der Infobox Genau, hier einfach mal zehn Fakten oder zehn Dinge, die ihr noch nicht über mich wusstet Kommen wir direkt zum ersten Bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr mochte ich die Farbe Rosa nicht Ehrlich, also weder an mir, noch an meinem Pferd, noch irgendwo anders und mittlerweile ist Rosa das Schönste, was es gibt, finde ich und es macht nur Spaß und ich liebe diese Farbe einfach und ich weiß gar nicht, wie ich so lange nicht Rosa mögen konnte Ja, komisch, ne? So, zwei Die zwei ist, oder der zweite Fakt ist, dass meine absolute Lieblingspferderasse die Fjordpferde sind Ich weiß gar nicht genau warum, aber ich bin eine Zeit lang auch mal Fjordpferde geritten und es hat einfach immer Spaß gemacht und es war einfach eine coole Zeit und die sind immer so gut gelaunt irgendwie, keine Ahnung Ich weiß nicht genau, was mich an dieser Rasse so gefesselt hat, aber ich finde die einfach toll Also, ich glaube, das nächste Pferd wird ein Fjord Ja So, Fakt Nummer 3 Ja, das ist ein Fakt, ich weiß nicht, den können sich bestimmt einige gedacht haben Ich hatte in Robinio jetzt seit 12 Jahren Damals war ich 11 und ich bin ganz oft auch von der Mutter gefallen Also auch gar nicht Ja, es musste auch einfach so kommen, weil ich war jung Robinio war jung Wir haben total dämliche Dinge gemacht Einfach, weil wir Spaß dran hatten Wir sind ganz früh ohne Sattel geritten und nur mit Häufler geritten und, 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 und Ja Dass man da ab und zu mal fällt ist, glaube ich, vorprogrammiert und ganz normal Ich habe mir auch von Robinio noch nie was getan Also, wenn ich mir bei Stürzen weh getan habe, war es von fremden Pferden, nicht von meinem Pferd Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir das einfach so oft geübt haben dass ich aus praktisch jeder Lebenslage von Robinio fallen kann Das könnte sein Die 4 Die 4 ist auch ein Fakt, äh Ja Der irgendwie Ich weiß nicht Es ist halt einfach so Ich kann es nicht beschönigen oder abschwächen oder schönreden Ich konnte Robinio einfach noch nie aussitzen Noch nie Bei Probereiten nicht Die letzten 10 Jahre nicht Aber Es war mir auch immer egal Also, was heißt egal Aber Ich bin halt immer auch so drum herum gekommen Weil ich bin halt immer ganz viel leicht getrapt Und habe leichten Sitz gemacht Und bin schon immer gerne galoppiert Damals bin ich aber halt auch fast nur gesprungen Also ich bin zuhause auch drastu geritten Aber halt, ja, nur wenn gerade keine Sprünge in der Halle standen so ungefähr Und dann halt wirklich viel leicht traben, galoppieren, galopp-Trab-Übergänge mit kurz vorher aussitzen halt, ne Aber, dass ich jetzt wirklich aussitze und eine ganze Prüfung durchhalte praktisch Habe ich jetzt eigentlich seit 2015 erst angefangen Seit wir eben die Diagnose bekommen haben Dass Robinio nicht mehr so viel und nicht mehr so hoch springen soll Da wurden wir sozusagen zum Zwangsdressur-Reiter Genau, unter Vorsitzung gesprungen Und deswegen war es mir nie so bewusst, dass ich ihn wirklich so schwierig nur aussitzen kann Aber das Gute ist, dass es kaum einen Menschen gibt, der sagt, dass man Robinio gut sitzen kann Also es liegt nicht nur an mir, er ist auch einfach unbequem Fakt Nummer 5 Ich bin damals, obwohl ich fast nur gesprungen bin und auch fast nur auf Springturniere gefahren bin Immer im Dressursattel gesprungen Ja, immer Knüppel kurze Bügel, weil ich einfach total der kurze Bügel-Fan bin im Dressursattel Also ich hatte die Knie immer auf dem Pauschen Immer Ähm Es ging trotzdem und wir sind El-Parcours durchgesprungen, einzelne Elmsprünge gesprungen Man braucht doch keinen Spring-Sattel zum Hochspringen Geht auch im Dressursattel, geht übrigens auch ganz ohne Sattel Fun Fact So Die 6 Die 6 ist der Fakt, oder hinter der 6 verbirgt sich der Fakt, dass ich den Robinio damals selber eingesprungen bin und auch selber ausgebildet habe Also als ich ihn bekommen habe, konnte er Schritt-Trab-Galopp gehen auf dem Zirkel und die ganze Bahn Genau, und das habe ich ihm, alles was er jetzt kann, habe ich ihm selber beigebracht Ähm Ja, mit Unterstützung von Reitlehrern Aber zum Großteil halt auch selber Das ist gerade die Foxy die bellt, ich weiß nur noch nicht warum So Geht's wieder? Scheint zu gehen Wobei stehen geblieben? Ähm Genau, mit Hilfe von Reitlehrern habe ich ihn damals ausgebildet Und ähm, fiel das aber auch alleine und das Springen war eine Sache Ähm, Foxy! Das Springen war eine Sache, das weiß ich noch Da gab es zwar eine Springstunde, komm mal her Da gab es zwar eine Springstunde und mein Hund kann nicht aufs Sofa kommen Doch jetzt Komm So Darf ich weitermachen? Gut Ähm Ich war damals in der Springstunde mit meiner Reitbeteiligung Und dann Hab ich so gedacht, wie man so mit elf ist Ich bin in der Springstunde geritten Dann kann ich das, was wir in der Springstunde machen Kann ich auch mit meinem Pferd auch machen Dass mein Pferd vorher noch nie gesprungen ist Ja War egal damals Ich hab einfach einen Sprung in die Halle bestellt Da ist der kleine Hund Ich hab einen Sprung in die Halle gestellt Bin im Trab dagegen geritten Weiß gar nicht mehr, ob es beim ersten Mal direkt funktioniert hat Wahrscheinlich nicht, es wäre ja komisch Aber wir haben es einfach so oft gemacht Bis wir, oder bis er das dann verstanden hat, wie das funktioniert Ja Die ersten Sprünge aus dem Galopp haben geklappt In den Outs haben geklappt Und dann erst sind wir in die Springstunde gegangen Weil ich mir dachte, naja, ich kann ja auch nicht so ganz unvorbereitet so eine Springstunde gehen Ja Und dann haben wir eben aber auch einen Springunterricht bekommen Sehr guten Unterricht Und Genau So war es bei uns So, Fakt Nummer sieben Ich wollte früher mal Rennreiter werden Ja, also ich war schon immer zu groß Für so einen richtigen Jockey Aber ich wollte immer Arbeitsreiter werden Also ich hab dann auch gegoogelt Und da muss man nicht so klein Und nicht ganz so mega leicht für sein Also Ich war früher Gewichtstechnisch viel weniger als jetzt Aber Die Jockeys wiegen ja praktisch nichts Und sind dazu auch noch unglaublich klein Und ich war damals nicht dick Aber ich war halt damals einfach schon groß Und wenn man größer ist Ist man auch direkt schwerer als so ein 1,50m Mensch Ich war damals schon 1,67m oder 1,65m Ist mir auch egal Auf jeden Fall war ich mir schon total bewusst Ich werde niemals Jockey Aber ich wollte eben Arbeitsreiter werden Und habe das auch mit Rubinio fleißig geübt Wir haben damals besagten Ressursettel gehabt Den ich eh immer schon mit sehr kurzem Bügel geritten bin Im Spring Und fürs Rennreiten Habe ich dann einfach die Bügel Ich weiß nicht, viermal umgeschlagen oder so Sodass ich dann mit den Schienbeinen auf der Pausche lag Und dann ging es im Stehen im Galopp übers Feld Ja, Zeit wurde natürlich auch gestoppt Wir waren immer super Und wir haben dann auch in der Halle so Rundenzeiten gemessen Wie schnell man einmal so die ganze Bahn galoppiert Es war cool Es ist leider nie was aus meiner Rennreiterkarriere geworden Schade Aber gut Ich habe es probiert Fakt Nummer 8 Ja, ich wollte nicht nur Rennreiter werden Ich bin auch mal zwei Jahre lang Western geritten Erst noch Westernpferden Die standen bei uns im Stall Das fand ich total lustig Und dachte so, oh ja, kannst du ja auch mal machen Dann hatte ich auch eins von den Pferden So als Reitbeteiligung So für dreimal die Woche Ja, und dann dachte ich mir so, ja cool Das will ich mit Robinio auch machen Gesagt, getan Ich durfte mir dann immer schön den Westernpferd ausleihen Der Westernpferd habe ich selber Die hatte ich glaube ich damals sogar schon Die habe ich damals zum Ausreiten genommen Und kurzerhand wurde Robinio dann Western geritten Zwei Jahre lang Genau, hat er eigentlich auch ganz gut gemacht Aber es war irgendwie nicht so meins Also ist es auch immer noch nicht Ja Genau Dann sind wir sogar schon Bei Fakt Nummer 9 So, 9 Und zwar bin ich eine Zeit lang auch mal Isländer geritten Der eine war glaube ich ein Fünfgänger Der andere war ein Viergänger Und das war lustig Also gerade im Gelände macht es schon Spaß Auch gerade dieses Tölten ist echt mega cool Weil es einfach bequem ist und sich lustig anfühlt Aber so auf die Dauer wäre es glaube ich auch nicht für mich Und ich bin sehr froh ein Warmblut zu haben Ja So Der allerletzte Fakt Der allerallerletzte Fakt Und zwar muss ich gestehen Dass ich am Stahl ein sehr sehr ordentlicher Mensch bin Ich weiß immer genau wie mein Schrank organisiert ist Und ich hasse es Wenn jemand an meinem Schrank war und ich sehe das Also egal ob das vielleicht eine Reitbeteiligung von mir war Oder jemand der Robinio in meiner Urlaubsvertretung reitet Aber sobald ich sehe mein Schrank ist unordentlich Räume ich den komplett aus Räume ihn wieder ein Damit alles an seinem Platz liegt Es ist ein bisschen komisch weil Zuhause Sieht die Sache ganz anders aus Aber das kennen bestimmt einige von euch Dass man am Stahl super ordentlich ist Und zuhause Ja kann man es auch mal so schlüren lassen Ich glaube das ist bei uns Reitern einfach so Schreibt mir mal in die Kommentare ob das bei euch auch so ist Ich glaube wir sind einfach so Wir Reiter sind einfach am Stahl Viel ordentlicher als zuhause Weil da sind Am Stahl sind wir ja auch eigentlich viel häufiger und länger Also ich jedenfalls Das waren die 10 Fakten über mich Die ihr hoffentlich noch nicht wusstet Und das alte Infovideo stelle ich euch unten in die Infobox Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder Ciao